ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video also erst mal ich bin nicht hin und bin jetzt zu dem Kanal der L.S. Landwirte hinzugetreten beziehungsweise werden wir vielleicht auch noch unbedingt auf die L.S. Landwirte das werden wir mal sehen als in diesem Kanal ist dann also sind dann jetzt der KG, der die Mod-Verstörung jetzt gemacht hat und ich schüttet hin ich werde jetzt mal ein paar Let's Plays erst Buchladen und ja jetzt ist halt ein guter Freund von mir und der hat jetzt mit L.S. angefangen also schon länger und weil er wegen der Arbeit und so manchmal ziemlich Stress hat, habe ich gesagt komm ich helfe dir mit den Videos und so dass wir dann ein paar mehr mal in der Woche hochladen können so jetzt mal zum ersten ich let's play dann L.S. 13, L.S. 15, vielleicht auch mal Euro Truck Simulator oder Bausimulator sind wir wieder am zocken im Moment also die L.S. West die ich jetzt schon aufgenommen habe sind bei L.S. 13 auf der Westerrademap und bei L.S. 15 auf der Amagauer Alpen und auf jetzt, ne nur auf der Amagauer Alpen ja jetzt lasst uns hier mal die Screenshots durchlaufen, dass ihr was zu sehen habt und wie gesagt jetzt werden vielleicht in der Woche ein paar mehr Videos kommen vielleicht so zwei, drei auch vielleicht mal ein paar Videos zusammen von uns ja vielleicht werde ich auch ein paar Mordvorstellungen machen und jetzt mal noch grad ein paar Fakten die ich hab ähm ein Logitech G-230 Headset dass ihr wisst welche Tonqualität ich so hab und ein Logitech G-27 Lenkrad und wenn ihr mehr wissen wollt zu meinem PC oder so könnt ihr mir die Kommentare schreiben ja aber auf jeden Fall mach ich jetzt die Let's Plays ein paar mal in dieser Woche der Kiki macht Mordvorstellungen ja und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt dann schreibt's schreibt's jetzt in die Kommentare und wir sind dann jetzt zu zweit vielleicht auch jetzt bald zu dritt auf dem Kanal ähm und ja dann sehen wir uns bis also zur ersten Mordvorstellungen wieder oder zur Let's Plays Ich bitte und bis dann weg bis dann bis dann bis dann sorry Bis zum nächsten Mal.